Der Computer wartet auf dein Input, er braucht das Passwort. Um zu starten, gib mir ein Passwort, jetzt sofort. B, A ist Wort, 1, 2. Der, Tote, 4, 5, 6, 7. Wort, nein, 500,000. Willkommen auf dem Desktop. Was wollen wir heute nur machen, es gibt so vieles. Wir könnten ne Runde zucken, oder auch anderswo. Vielleicht lieben wir ja in das Internet, dort gibt's so viel. Ab ins Internet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.